Einfernwändeböden bis aufs... Ne, das wollen wir nicht. Das wollen wir. Das wollen wir. Und das wollen wir. Am besten alles? Was ist das denn? Die ganze KI muss jetzt mal verschwinden, weil dann hört das Spiel nämlich auf mit lecken. Was ist das? Ach, Hausmeister. Dann entfernen wir auch die Sicherheitszone. Die Schlange muss sich alle von Hand entfernen wahrscheinlich. Ich habe aber immer noch Lacks. Warum lag das denn so? Das war doch... Das war doch früher noch nicht so. Also bevor die KI kam. Läschen. Läschen. Und löschen. Sehr gut. Das kommt dazu. Das da. Ja. Ja. Läschen. Ja. 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 Wieso seid ihr hier oben? Aus welchem Grund. To Ground Floor. Diese KI macht mich wahnsinnig. Ihr werdet doch wohl so schlau sein und da hingehen, in dieser Position nicht anwendbar. Oh Leute! Juhu! Switch directions. Ah, ne. Bringt gar nichts. Warum zum Teufel nochmal? Möchtet ihr da nicht runter? Treppe. Bolttreppe. Kann ich das hier auch machen? Ne, demontieren. Okay. Dann gehen wir hier nach oben und bauen eine Rolltreppe nach unten. Oh. Ähm, wie könnt ihr die benutzen, wenn die noch gar nicht fertiggestellt ist? Hä? Jetzt machen sie es. Willst du mich verarschen? Äh, jetzt bin ich aber echt überfragt. Okay, warum geht ihr da hoch? Hallo, 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 hallo. Ach, das sind die Hausmeister. Okay, okay, okay. So, hier stehen noch ein paar Objekte. Da können wir auch eine normale Treppe bauen. Treppe nach unten. Demontieren. Demontieren. Liebe Arbeiter, ihr habt hier den Auftrag, das zu demontieren. Warum macht ihr das nicht? Ah, jetzt. Ja, weil hier habe ich das Gefühl, dass es schneller runterkommt. Das ist okay. Hausmeister. Okay, das ist auch okay. So, jetzt warten wir noch. Ähm, ne, ich konnte doch hier irgendwo die... Betrieb. Genau. Busse stündlich, Straßenbahn alle 15 Minuten. Ähm, Straßenbahn machen wir stündlich, Busse machen wir 15 Minuten. Annehmen. Damit die Leute hier mal wegkommen. Die wollen ja immer einsteigen, aber dann doch nicht, oder wie? Wer als erstes da ist, der... Oder wie? Was, wie viel Kapazität haben die? 100. Alles klar. Hier steht da was mit. Was, was, was? Nochmal. Remaining Pickup Capacity. 150. Das ist aber, das ist okay. Bevor nicht alle weg sind, wird der 15 Minuten Takt nicht weniger. Da brauchst du fünf Busse für eine ist sieben für sieben. Gras. Wie viele Leute sind denn da noch? Zwei Objekte. So langsam leert sich's. So langsam sollten die ersten mal frei werden. Ja, genau. Wunderbar. Da laufen immer mal wieder welche zurück. Zu gut hin. Oh nein. Dann werden wir alle 20 Minuten. Das scheint doch okay zu sein. Dann machen wir das wieder auf stündlich. Oh, was ist jetzt? Unable. Was? Was, 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 was? Proceuring Pickup Zone. Das heißt, was, Unable MM370 Pickup Index 1 auf 1. Hä, was? Und das heißt? Was heißt das jetzt? Ihr lauft jetzt verwirrt durch die Gegend oder was? Ich blick's nicht ganz. Okay, ich glaub, wir müssen doch nochmal erhöhen. Die mit den Ausrufezeichen steigen jetzt da aber auch gar nicht ein. Oh, jetzt läuft das Spiel wieder flüssig. Aha. Das ist krass. Bei wie viel, bei W, äh, bei wie wenig Sim oder Sim-KI das Spiel schon anfängt mit Lecken. Ja, was ist jetzt mit euch? Hallo? Okay, die steigen einfach nicht ein. Na gut. So, jetzt sind wir aber wenigstens mal wieder im richtigen Spiel und können bauen. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal sehr gut. So, wir haben hier oben Fahrsteig. Aha. Also, wir haben hier den Fahrsteig und wir müssen nun die ID-Häuschen setzen. Ich überlege gerade nochmal, weil ich würde das Ganze dann doch dann doch gerne mit Warteschlangen machen, oder? Na, weil sonst ist das so ein riesen Haufen da davor. Dann könnten wir ja eins machen, wir könnten, weil wir ja den Bereich hier unten ja nicht nutzen, dann könnten wir ja unten die Security für das Personal machen. Das wird ja nicht so groß. Und hier oben für die Fluggäste. So, das würde aber bedeuten, erst mal, dass ich die Wand hier vorziehe. in die Mih nach ini oh, das ver avec und mir habt da dann